Hallo und herzlich willkommen zum Adventkalender 2023. Öffnen wir gemeinsam das neunte Türchen. Ho, ho, ho! Heute wird das dritte Geschenk verlost. Heute zu gewinnen gibt es das Supplement B12 vom Gemeinnützigen Gesundheitspflegeverein Co-Health aus Österreich. Die Supplemente vom Verein Co-Health werden alle in Europa hergestellt und zwar nach den Kriterien von Anthony William Medical Medium. Das heißt von Avela für Avela, denn diejenigen, die das herstellen lassen, sind nämlich selbst in der Anthony William Medical Medium Ernährung. Die Inhaltsstoffe sind alle hochqualitativ und geprüft aus Europa, also keine China-Ware und nicht irgendwie etwas Schlechtes, sondern es wird hier ganz, ganz strikt auf die Qualität geachtet, damit es wirklich nach den Kriterien von AW auch alles einhergeht. Und das Tolle ist, es wird sogar auch hier in Europa produziert. B12 ist irrsinnig gut für das gesamte Nervensystem, denn es stärkt das Zentralnervensystem, beschützt die Nebennieren und unterstützt das neurologische System wie auch das Immunsystem. Also B12 ist, wie du schon merkst, ein wichtiges Supplement. Wie kannst du da jetzt also mitmachen und gewinnen? Ganz einfache, drei Schritte gibt es wieder dazu. Nummer eins, abonniere meinen YouTube-Kanal, schalte die Glocke ein, damit du keine weiteren Geschenke und tolle Videos von mir verpasst und mach einen Screenshot davon. Nummer zwei, geh auf Instagram und folge mir dort unter JustYvonne. Du findest mein Instagram-Profil hier unten in der Beschreibung verlinkt oder in der Kanalinfo. Nummer drei, nachdem du da noch gefolgt hast, like dann ganz einfach diesen Beitrag und poste das Foto, wo du mich in YouTube abonniert hast, in die Kommentare. Dann bist du automatisch im Lostopf dabei. Aber Achtung, du hast nur Zeit bis heute um 23.59 Uhr. Alle Kommentare, die danach sind, werden nicht mehr berücksichtigt. Denn am nächsten Tag erfolgt auch schon die Auslosung. Jeder, der mitmacht, wird in einen Lostopf hineingeworfen, also der Name, und danach wird es einfach durch Zufallprinzip gezogen. Ich drücke dir die Daumen, damit du gewinnst und freue mich schon, wenn das B12 einen neuen Besitzer hat.